Ladies and Gentlemen! Russik-Pupsik ist am Start und heute wird es mal wieder Zeit für ein richtig geiles Experiment, denn es wird immer tiefer, 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 tiefer und ganz tief. Und die Frage, die wir uns stellen, wird vielleicht der kleinste Lamborghini der Welt oder vielleicht ein Formel 1 Auto oder vielleicht Leute, ein kranker Bugatti oder ein Luxusauto Leute, vielleicht doch ein dicker AMG GT, was weiß ich, aus der Zukunfts-Edition. das ganze schaffen und unser gegner heute trägt keine schuhe denn er denkt barfuß laufen ist gesund nämlich es zu du was guckst du so nimmt nimmt einfach das geld hier bitte und kauft die schuhe ich sehe kein geld kommen willst du mich verarschen kauft ihr kauft ihr schuhe man habe ich gesagt man das kannst du doch nicht bringen gar keinen fall abmarsch mit dir schuhe kaufen halt ich glaube wenn wir jetzt alle ein like da lassen bekommt die schuhe in drei zwei eins das hat geklappt bei dir liken die bei mir liken die gar nicht mehr weil du keine schuhe anhattest und abonniert gern den kanal wenn ihr nichts verpassen wollt und du kennst das ganze heute jedes bond erst mal rein der wehikel und fährt damit erstmal los mein lieber ja ein fahrzeug und das ist für dich du bist du bereit ich zeig dir was ich bekomme und zwar bekomme ich ein lädt nicht es lädt nicht weg was immer schneller hallo warte 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 ja hallo mach mal okay oh mein gott hat sich gelohnt oh mein gott du hast einfach den amg zukunft sedition aber ohne breitbau tuning sowie da vorne steht alter das auto sogar mit mehr tunen als auto da zum auswählen okay let's go ja komm ich noch nicht noch nicht guck mal was ja ich muss dich ein bisschen weg ja okay ja wir machen noch folgendes damit du die regel kennst die kennst du doch gar nicht wenn du es mit einem auto schaffst komplett durchzufahren bekommst du zwei punkte zwei punkte das ist geil okay der erste punkt geht an mich ja der erste punkt geht an dich du darfst jetzt erstmal aussehen von welcher seite du anfangen willst willst du eher anfangen mit der bugatti versus ferrari seite oder das mini lamborghini versus mini dinger ich würde sagen mini lamborghini was nimmst du nimmst du den mini lamborghini mini lamborghini das ist nicht ein lamborghini ich habe einen lamborghini du hast einen mini keine ahnung die kolik presse guitar ok ok let's go 1 0 für dich ich hoffe der mini lamborghini packt sich besser durch und sonstwas und ich komme einfach besser durch und 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 ich bin durch nein ey ich bin durch das sind zwei punkte mini lamborghini wieso kommst du da durch und das nicht hast du etwas anders gemacht weil er wie so eine unsichtbare collision hatte ich fahr einfach ich fahr mich einfach durch ja teste zwei punkte für mich plötzlich steht zwei zu eins für mich wusstest du dass das mit ihm besser ist oder was wusste ich echt nicht ich glaube ich hätte auch den anderen genommen weil der kleine aussieht siehst du nein guck mal wie viel glück du hast ja zwei zu eins ich gehe plötzlich in führung weil ich mit dem mini lamborghini durchgefahren bin ich bin echt gespannt ob es noch ein auto schafft aber richtig richtig da ist zwei eins für mich jeder spunt ein auto für den gegner du hast gerade in führung aber plötzlich bin ich in führung und hier du kriegst ein smart das passt zu deinem outfit bist du bereit ich zeig dir was ich bekomme und zwar nein ich bekomme das das passt für mich ja meine ich ja du bekommst du bekommst du hast 1 zu 0 geführt 1 zu 0 war gut aber jetzt steht es gleich 3 1 1 okay das ist ja braun kann es vergessen ja braun vergessen da müssen wir auch nicht großartig weitermachen 3 zu 1 ja braun das passt aber zu deinem outfit muss man auch ehrlich dazu sagen also ich finde schon so 3 1 und ich darf jetzt das nächste fahrzeug aus entweder ich gehe mit dem bugatti oder mit dem zukunfts bens das ist eine schwierige entscheidung und ich sage ehrlich ich weiß es nicht ich glaube ich gehe mit der zukunftsrichtung nein das hätte ich auch genommen nein 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 das hätte ich auch genommen aber vielleicht ist das glück ja auf meiner seite ist das vielleicht oft so dass so irgendwie eine kulise nicht funktioniert kann passieren ja meine das ist so ein spoiler oder sowas nicht da ist eigentlich nein komm 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 ich brauche den punkt ja unentschieden oder was ja wir können natürlich anlauf nehmen versuchen ein bisschen da durchzukommen ich versuche mal mit nicht bei mir geht gar nichts also immer kurz weg ich versuche noch mal mit anlauf und 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 ne unentschieden echt nicht ja ist okay unentschieden sei ehrlich nämlich akzeptiere ich 3 1 nehme ich mit ist in ordnung ist in ordnung so jetzt machen wir folgendes zwei autos spawnen und davon selbst eins auswählen du musst nicht die autos her fahren du crash sie komplett gegen die ganzen fahrzeuge hier passt doch mal auf verzeihung tut mir leid ich zeige dir jetzt welche zwei ich bekomme du weißt genau was ich nehmen werde oder ist klar das kann doch nicht sein jungs ich krieg einfach komplett den gigantischen gigabus den es gibt ja ich komme leider nicht ganz aber egal ich habe wenigstens mein punkt deshalb steht es 3 zu 2 so ok steht jetzt 3 zu 2 das nächste fahrzeug aus wird entweder bmw oder mercedes ich sag mal so ich entscheide mich dann definitiv für den s 63 ja ok ja ok 63 ja amg s 63 komm ich dachte schon gerade warum kann ich nicht starten alter warum drehst du mich direkt um du musst wieder sehen du weißt schon dass ich immer noch in führung bin mit 3 zu 2 da auch man schon wieder unentschieden oder war wo du willst mich doch verarschen ich habe gerade gedacht achtung ich nehme die giga anlauf kannst du sein lassen also steht immer noch 3 zu 2 ja ist okay ist okay ist okay dann machen wir jetzt folgendes jeder spawn zwei fahrzeuge und gibt davon 1 dem gegner ok dann fange ich an 1 2 pro wir haben dasselbe auto also es ist nicht ganz aber ich werde sie auf jeden fall geben du mir auch oder dieses komische ding also es sind nicht dieselben aber die sehen voll ähnlich aus was ist es ein zufall dass ich einen punkt bekommen werde oh mein gott dann ist flacher komm let's go aber wie hoch ist die wahrscheinlich dass ihr bei random vehicle das ist das nächste fahrzeug aussehen und jetzt wird es auch sehr sehr spannend ich denke mal jeder aber bestimmt geht da irgendwie ich weiß es nicht wahrscheinlich wird mein kopf wieder das stecken bleiben und du kommst überall durch ich bin mir ich bin echt gespannt weil meiner sieht eigentlich auch so flach aus als ein formel 1 auto sehen wir gleich ich hoffe ich habe mich richtig entschieden let's go let's go nein oh mein Gott nein ich krieg keine 2 Punkte oder was oh mein Gott nein oh mein Gott das hätte eigentlich mein zweiter Punkt sein können ja aber warte ich bin nur eins hinter dir das könnte doch vielleicht noch bisschen irgendwie durch schade bei mir bist du durch ey bei mir warst du echt durch ne ne ich bin wegge funktioniert ok dann schützt jetzt wie viel 3, 2, 3 Ja, ist okay Ey, war aber knapp, war aber knapp Aber Formel 1 stark War aber knapp So, okay, dann machen wir folgendes Drei Autos spawnen Eins für sich selber davon aussuchen Weißt du, selber Starke Autos, Digga, alle flach Würdest du Fahrrad nehmen oder das mittlere Auto? Bro, was machst du da? Digga, eine Yacht, ein Flugzeug Aber dein erstes Auto ist schon Mach nochmal, ne? Ja, aber das Ding ist Dieses Ferrari-Ding ist schon da vorne Und ich glaube, ich habe ein flacheres Ich habe wirklich hier voll das flacher Guck mal, hier vorne Also wegen der Jagd bin ich ein bisschen nach vorne gegangen Guck mal Ich nehme auf jeden Fall das Weil das ist noch flacher als der Ferrari Ach, die Jagd zählt nicht? Nein, nein Bro, eigentlich schon Nein, nur fahrende Autos, Bro Was ist das für eine Regel? Das war schon immer so Ich habe Angst, mach mal das Fahrrad weg Nicht, dass ich die Plattform wegmache So, okay, let's go Mein Lieber Drei, zwei, eins, let's Ey Ey, ey, ey Oha Oha Sag nicht, du bist durchgekommen Ich bin durchgekommen Ich bin durchgekommen Nicht komplett Ja, nee, aber eins vor dir Das reicht ja schon Nein, ich habe jetzt einen Punkt gekriegt Das reicht ja schon Ja, wenn du jetzt nicht Wenn du nicht durchkommst Mann Starker Punkt Wichtiger Punkt Ja, Helis und Boote werden gelöscht Das war schon immer so Helis und Boote werden gelöscht 4 zu 3 Und ich werde jetzt gleich den nächsten Punkt einfach machen Mein Lieber Es reicht mir auch irgendwann mal Man muss auch noch einen Punkt machen Ja, guck mal wie ihr hier cheatet einfach Das ist so anlackig Warte, wieso cheat ich jetzt? Sag mir das Nee, ich will gar nicht mehr mit dir darüber reden Alles gut Ja, wieso? Es steht ganz normal 4 zu 3 Ich habe ganz normal mein Auto 4 zu 3 Dann ändere ich das jetzt so 4 Ah Nein, ich komme hier nicht weiter Du hast meine ganze Fahrt gecrashed Geh mal beiseite Ich gehe durch Dann mache ich den Punkt klar Ah Habe ich dich jetzt da reingepusht Oha, warte Ich komme noch eins durch, glaube ich Ah Warte Nein Ich bin fast durch Ah Irgendwas hängt hinten Irgendwas hängt hinten Ja, 5 zu 3 5 zu 3 So, jetzt machen wir 3 Lass mal hier spawnen Wo die alten Autos standen Da haben wir ein bisschen mehr Fläche Ähm, 3 Autos spawnen Und man muss das kleinste nehmen Also das flachste Das ist quasi was eh man nehmen würde 1, 2, 3 Oh Ich bin dran Guckst du zu? Ja 1, 2, 3 Ja, der Porsche auf jeden Fall Mittlere, ne? Ja, ja, klar Bei mir, ich weiß gar nicht Ich glaube dann der mittlere auch, oder? Wenn die Rakete ein bisschen höher ist Als das hintere Dann muss ich auch das mittlere nehmen Ja, komm Nimm mittlere Und gib mir jetzt einfach den Punkt Komm her Ich glaube echt Ich glaube echt Dass es dein Punkt ist, Bray Okay Aber egal 5 zu 3 ist trotzdem okay Ich kann auch einen Punkt verschenken So Ey Boah, du bist aber schon schnell, ne? Sag mir bitte unentschieden Nein Sag mir, unentschieden wäre ich so zufrieden Sag ich dir ehrlich Mit einem Unentschieden wäre ich unnormal zufrieden Ja Nein Geil, Mann, wichtig Unentschieden wäre es so gut gekommen Warte Ich gebe noch nicht auf Ich fahre noch einmal dagegen Komm schon Ehrlich? Boah Absolut keine Ahnung, Digga Komm, komm diesmal Gucken wir dir mal kurz zu Heiz mal durch Ja, okay Bist du ready? Ja Sonst crashen wir uns gleich wieder Bist du ready? Ich muss durch Ich muss durch Oha 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 Okay, ich gehe zur Seite Du bist dran Ja, du kannst gleich nochmal probieren Vielleicht mit ein bisschen Anlauf oder so Aber jetzt gucken wir mal Ob ich überhaupt dahin Oh Oha Nein Nein Gleichzeitig oder was? Ich kann durch Nein Ja, das zu dem Thema hast du schon mal versucht zweitmal Anlauf zu nehmen Ja Hier, Digga Warte, ich versuche auch nochmal Direkt Frage beantwortet Warte Nein Nein, du kommst nicht Ich kann es vergessen Nein Wie du stehst? Fünf zu fünf Unentschieden Deshalb entscheide ich jetzt Nein, 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 nein Es war eine Entscheidung Der Rhymvehikel kommt jetzt Ja wollte ich doch gerade sagen Ich wollte aber entscheiden was wir machen Und zwar Ja Ich spawne jetzt eins für mich und du eins für dich Nein, nein, nein Wir gehen in der Reihenfolge jetzt später weiter Das können wir später noch machen Wir machen jetzt drei Autos spawnen Man muss das mittlere nehmen Nicht das kleinste Nicht das größte Sondern das Bei dir Bei dir ist es der Truck in der Mitte. Du hast es einfach perfekt gespawnt. Mittleres Ding. Okay, hoffentlich ist das mein mittleres. Oh, warte mal, was ist? Warte mal. Das Höchste ist, glaube ich, sogar der... Warte, welch ist das Höchste, Digga? Bro. Egal, ich glaube, ich gewinne trotzdem. Ja, du gewinnst trotzdem, egal, was du nimmst. Alle drei sind besser als meins. Ja, deswegen geht gleich die 6 zu 5 Führung weiter. Hör auf, dich zu freuen. Guck mal, gut, das... Okay, 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 okay. Und schau, und schau, und schau. Ich komme jetzt schon nicht weiter, Bro. Ich komme doch jetzt schon nicht weiter. Ich sage dir ehrlich, das Auto ist echt sehr schlecht. Also, ich bin... Äh... Boah, ich komme jetzt schon nicht weiter. Warte, ich pfusche mich gerade durch. Oha, oha, ich habe das Auto durchgekitscht gerade komplett. Ja, okay, hier ist Feierabend dann. Okay, egal, 6 zu 5, ne? Und ich darf das nächste Fahrzeug auswählen. Und wir haben hier ein Audi TT gegen ein Renault Zukunftsding. Boah, ich nehme das Renault-Ding. Dann nehme ich hier Audi. Boah, der passt irgendwie zu dir. So pink, so süß, so klein. Oha, danke. Dann sehe ich dich drüben. Ey! Barbie. Warum bleibst du einfach stehen? Hoffentlich gewinne ich die Runde. Ciao, ciao! Ich bin auch durchgekommen. Du bist auch zurückgefahren, ich habe es gesehen. Ich habe nach hinten geguckt, du Monkey. Du Monkey, ab, zurück, ab, zurück. So. Warte, komme ich hier durch? Nein. Nein? Ja, freu dich nicht. Damit steht es 7 zu 5, mein Lieber. Und jetzt machen wir. Drei Autos spawnen und man muss das Größte nehmen. Also, das wird witzig. Siehst du? Bist du bereit? Eins, zwei, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oha! Stark, Bro. Okay, bei mir ist das Größte der Erste hier. Bei mir? Die S-Klasse, glaube ich. Obwohl, ja. Oder der Truck, mir egal. Nur einen davon. Könnte gleich wieder alles sein, ne? Sieht sehr gleich aus. Aber warte mal, guck mal. Kannst du kurz mit deinem Auto an mein Auto kommen? Warte, ich wollte dich löschen. Hast du schon? Ja, hab ich schon. Oh, ich glaube, ich bin höher. Aber du bist einfach die originale S-Klasse, ich bin die Fake-S-Klasse. Krass, ne? Bei der Wahrscheinlichkeit, dass das einfach rauskam. Oh! Ah! Ja. Nein, wie hast du dich da durchgequetscht? Kannst du mal sehen, nicht? Oh mein Gott, nein. Ist es etwa der Anschlusspunkt von SW? Nein, meiner ist so scheiße. SW, S to the U. Ne, vorbei. Okay, 7,6, du darfst das nächste. Jetzt einfach 50-50, Bro, 50-50. Guck mal, entscheid dich, entscheid dich weise. Guck mal, wir haben echt interessante Fahrzeuge. Ach, Bro, das ist einfach nur Glück jetzt. Ich glaube, links gewinnt, aber irgendwie tendiere ich zu rechts. Digga, ich sag dir echt, ich hab echt ehrlich das Gefühl, das linke sieht irgendwie so massiv, so groß aus, so. Das andere sieht besser aus zum Durchschlingen durch die Dinger. Ich nimm das. Ey, ich nimm das. Digga, das war voll schön, da einzusteigen. Ähm, oh. Ey! Es war aus Versehen. Grüß dich, ich glaube, ich krieg den Punkt. 7,6, ich bin echt gestanden. Guck mir zu, guck mir zu, guck mir zu, guck mir zu. Du fährst genau vor mir. Ja! Nein! Oh mein Gott, du hast dich falsch entschieden. Passt, ne? Oh mein Gott, es steht also 7 zu 7, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Komm. Komm ich da durch. Ne. 7 zu 7. Aber krass, krass. Das ist bis jetzt mit dem Formel 1 Auto das beste Auto gewesen, ne? Also bis auf den kleinen Baby Lamborghini. Ist okay, ist okay. Überleg mal, nur deswegen fühlst du, sonst würde ich gerade fühlen. Ja, entspann dich mal ein bisschen, entspann dich mal. Nein, ich will mich nicht entspannen, was jetzt? Komm jetzt hierher auf meine Seite, da jetzt wird viel gespawnt. Vier Autos spawnen. Eins davon auswählen. Vier Autos spawnen. 1, 2, 3, 4. Boah, ich sag dir ehrlich, gut. Also du kannst eher eins auswählen, aber du hast echt nicht schlechte Fahrzeuge da. Ist okay. Motorrad oder das zweite Auto? Boah, mein erstes ist so stark. Erstes Auto ist stark, so stark. Zweite ist, ey, das ist wie deiner. Guck mal, was sind sie da für deiner Wahrscheinlichkeit? Guck mal, mein zweites Auto und dein zweites Auto. Wir haben beide einen Mustang. Beide einen Mustang. Hä? Bro, also heute mit random vehicles spawnen wir echt ähnliche Fahrzeuge. Dritte. Bro, du hast ein Zukunftswissenschaftsauto. Nein, ey, was ist denn das? Ey, warte, warte. Wenn du jetzt noch ein Motorrad bekommst. Okay. Boah, ich wollte sagen. Weil jetzt ein Motorrad gekommen wäre, zu lustig, ne? Boah, ich ne Motorrad, ich riskiere. Ich sag dir ehrlich, ich muss... Sagst du doof Motorrad oder... Ey, mit Motorrad kann man Limbo-Taktik machen. Limbo? Also du fährst quasi mit dem ersten... Aber muss da ein No-Rag-Doll drin sein? Äh, naja, ja. Da darfst du nicht runterfallen. So. Obwohl, ey, komm. Komm, mein Lieber. Komm. Komm, ich fahr los. Dann guck mir deinem Limbo zu. Dann guckst du dir, ich folg dir, ich folg dir, ich folg dir. Vielleicht ist dieser Lambo der beste Lambo der Welt, der beste Lambo der Welt. Ja, ja, solide, stark, Bruder, stark. Wie läuft Limbo-Taktik? Ja, genau so. Ja, läuft gut. Ach, du, obwohl das auch schlau, wenn du das einfach drüber kickst und dann rüberläufst. Ey, der macht die Limbo-Taktik, das ist ja tausend. Nein, nein. Nein, was ist das denn? Komm, 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 noch ein bisschen. Nein, 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 nein. Ja! Nein. Wie? Noch. Nein! Oh mein Gott, wenn du das nächste schaffst, ist unentschieden. Wenn du es nicht... Komm, 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 komm. Ja! Ja! Bro, warum? Oh mein Gott, Digga, das war noch so knapp. Guck mal, wie knapp, wie knapp das war noch plötzlich. Komm, bitte. Nein! Nein, bleib schön da mit deinen ganzen Sachen. Das Motor ist einfach zu hoch, deswegen macht es kein Limbo, weil es jetzt anstoßt. Aber an sich, trotzdem weit gekommen. Meiner ist aber noch weiter gekommen. Ja, okay, mach deinen Boost aus, mein Freund, sonst crashst du gleich. Okay, schade. So, okay, das... Acht zu sieben. Und ich darf das nächste Fahrzeug auswählen. Und das ist jetzt wieder so ein... Boah. Formel 1 Auto war stark, das wissen wir sowieso. Ist fast ans Ende gekommen. Dieses Auto ist komisch, aber das könnte auch krass sein. Machst du den salben oder nicht salben? Überleg genau, was du machst. Komm, an sich, so von der Höhe... Ist Formel 1 höher oder der andere? Der andere, der andere. Ich nehm Formel 1. Ich nehm Formel 1. GG. Okay. GG, Bro, kein Risiko. Bro, aber ich zeig dir jetzt, dass ich damit trotzdem gewinnen werde. Wenn ich jetzt den Punkt mache, kannst du nur noch Unentschieden machen, ne? Okay, komm. Okay. Oh. Oha. Oha, das ist voll das Bugfahrzeug. Bro. Was ist das? Bro, du musst da lang fahren. Ja. Komm, wir gucken dir zu. Ich kann nicht gerade ausfahren. Ja, fahr. Oha. Bro, das geht gar nicht. Ja, egal. Ich muss das irgendwie schaffen. Bro, aber das Fahrzeug macht mir Angst. Bro, was ist das für ein Auto? Ich war... Hä? Wo bist du? Ich bin auf einmal weg teleportiert worden. Wohin? Ich... Irgendwohin, Bro. Äh, ich glaube, du hast das schlimmste Fahrzeug der Welt, Bro. Also, ich fahr jetzt durch. Wenn ich jetzt komplett durchs Ziel durchschaffe, hab ich gewonnen. Bro, ich bin durch. Zwei Punkte. Vielleicht schaffe ich das auch. Bro, zwei Punkte. Zwei Punkte. Warte, vielleicht schaffe ich das auch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh mein Gott. Ja, geh wieder dahin. Ey, komm mal, ich mach dir ein Angebot. Port dich zu mir. Versuch einfach durchs Letzte durchzukommen. Wenn du es schaffst, hast du es geschafft. Warte. Bro, ich hab einfach es hier durchgeschafft. Gib dir das mal. Zwei Punkte nochmal kassiert. Das heißt, ich hab schon eigentlich dich zerstört, muss man auch ehrlich dazu mal sagen. Ach man, das geht nicht. Du bist einfach so ein Lacker bei sowas. Komm, jetzt machen wir noch den Aaron Ray... Warte, vielleicht kannst du noch aufholen, Bro. Vielleicht... Wir machen jetzt fünf Autospawn, eins ausländ. Vielleicht spawnst du jetzt ein Fahrzeug, was dir jetzt zwei Punkte bringt. Du dann dein letztes Auto auswählen kannst und dann ausgleichen kannst. Aber deine einzige Chance auszugleichen ist jetzt bei den fünf... Komm mal hier her. Komm mal hier her. Komm hier. Wo bist du? Hier, Bro. Damit wir die Strecke nicht vollspammen. Weil hier müssen wir nicht mehr löschen und so. Hier bist du ready. So, fünf Autos... Ja, ich bin gespannt. Mach. Eins, zwei... Nein, schafft es nicht. Schafft es nicht. Schafft es nicht. Schafft es... Oh... Oh... Pikachu könnte... Pikachu mit so... Pikachu könnte... Bug... Bug-Fahrzeugs auf den... Ah, schwierig, Bruder. Also meine fünf Autos sind leider auch nicht so krass. Bro, ich bin gespannt, Leute. Pikachu... Ey, wenn Pikachu das schaffen, müsst ihr auf den Like-Button drücken. Ey, ich bin echt gespannt. Okay, let's go, komm. Schafft es. Aber stell dir vor, er bugt einfach so durch. Ja, deshalb ja. Pff. Digger, nix, Barney. Lach nicht. Ja, Siu. Also wenigstens war die... Schönerblitz. Wenigstens war die Motivation kurz da, Bro. Komm mal kurz, ich muss dir was zeigen. Ja, ist es okay. Es gibt eine special Fähigkeit. Nein, nein, du crasht gleich, du crasht gleich, wenn du sie machst. Nein, nein, komm mal her, komm mal her. Ja, ich bin doch da. Ja. Komm mal zu mir? Ja, ich bin immer noch da. Bleib halt still. Komm zu dem, wo du aussuchen darfst. Ja, ich bin da. Guck mich jetzt mal an. Ja. Pikachu, Donnerblitz. Okay, komm. Ehrenrunde. Steig in dein Auto. Das ist jetzt die Ehrenrunde. Was für Ehrenrunde. Ehrenrunde, weil Siu verloren hat. Ich habe zwei Autos durchs Ziel gebracht, vier Punkte dadurch gemacht. Dies, das, Ananas. Und das ist das Finale. Bro, das Auto lässt sich auch gar nicht lenken. Jetzt gucken wir mal, wie das noch ist. Scheiße. Okay, das sieht nicht so krass. Oh, doch, ist gut. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch den letzten Punkt entschieden. Leute, wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein dickes Däumchen da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Siu schafft es nicht mal hier rüber. Siu bleibt hängen. Check Siu ab. Check die Videos, ob die hier jetzt verlinkt werden. Bis dann. Bitte nicht. Ciao. Ciao.